So, schönen guten Tag. Willkommen bei der Dienstagsfolge bei mir. Und ich habe Johnny und Moris Basis gefunden. Ja, Johnny und Moris sind ein gutes Team. Die verwechseln mich hier in Teamkamera nie. Und Johnny ist auf dem Weg zu mir. Okay. Du musst bergauf und ich bin jetzt 55, 60. Oh, ich komme aus der anderen Richtung halt, ne? Also aus 50. Ja, ja. Aus dem Westen kommst du. Hä? Was ist jetzt los? So, gehen wir mal hoch, ne? Jo, könnte ein Dino sein, oder nicht? Wer, wer? Was ist denn Player Bierbaum? Keine Ahnung. Was? Level 85 steht bei mir im Chat. Ja, wo denn? Ich sehe da nichts. Ich lasse mal laufen. Hat irgendwer in seinem Inventar aus Versehen nochmal so ein Mindwipe-Tonic? Ich war gerade, Bierbaum ist ein Dino von mir, aber... Ich habe gerade aus Versehen das Command halt wieder gemacht. Mhm. Ja, dann geh mal an den Dino und guck, ob das in dem... Der ist bei dir oben, Kalle. Dann guck mal fix nach. Hä? Jetzt habe ich schon wieder. Alter, ich drück doch nur Enter. Bierbaum ist ja nicht. Ach nee, ich glaube, ich muss hier runterscrollen. Wie mache ich denn das? Wie scrolle ich ihn da runter? Ja, das habe ich auch das Problem, dass ich den Chat gerade nicht runterscrollen kann. Also bei mir ging es mit Enter halt, ne? Ja, aber dann bin ich halt irgendwo mitten im Chat. Nee, ich bin auch mitten im Chat. Wie scrolle ich ihn runter? Das selbe, würde ich auch. Ich kann mal was schreiben. Vielleicht verändert das das bei euch. Habe ich gerade auch. Nö, ich bleib... Nö. Nö. Das ist mega kacke. Vor allem, weil wir nicht lesen, wenn einer was schreibt. Ja, dann kriegen wir nicht mit, was los ist. Ja, wir haben ja noch den Global Voice Chat, aber... Das ist ja, wenn man den einmal ausblendet quasi und der dann wiederkommt. Ist der dann vielleicht automatisch runtergestrollt? Nee. Also der war ja bei mir zum Beispiel jetzt die ganze Zeit ausgeblendet. Erst nachdem ihr das gesagt habt, habe ich... Ja, true. Habe gerade getestet. Wenn nicht, würde halt... Dann müssen wir kurz Channel wechseln. Dann machen wir so Pause. Page up, page down. Oh, yo. Ja, das geht. Yo. Ja. Und okay, dann... Aber er setzt jetzt sich wieder automatisch... Dann ist das so. Wahrscheinlich, weil die Texte da drin stehen, die sehr, sehr lang. Deswegen backt er rum. Machen wir einfach nach der Folge... Joinen wir einfach dem Server schnell neu, oder? Ja. Jo, passt. Wollen wir weiter machen? Jo, weiter geht's. Cool. User left your channel switched. Okay, so. Ja, meine Soundspur kannst du übrigens nicht einfach so mal reinnehmen, ne? Da musst du immer schön gegenhören heute. Ja, deine Tonspur nehme ich inni mit. Wow. Ja, weil, ne? Wenn ich deine Sicht nehme, dann... Ja, machst du meine Tonspur rein? Ja. Meine plus 11, deine minus 7. Ja, weil ich ist relativ... Ich bin... Ja, ist schon voll okay. Ich hab'n Kompressor drauf. Ja, ist mir aufgefallen. Das einzige, was stört, ist es, wenn's regnet quasi. Ja. Das ist sehr, sehr laut. Weil bei dir regnet's halt wirklich hart. Das ist halt Hage. Okay. Ähm, ich bin jetzt vor so nem Berg. Ich bin jetzt quasi 55... 56, würd ich sagen. Äh... 55, 56 bist du? Ja, so prima da. Okay. Dann, ich versuch dich mal abzuholen. Hm. Achso, ne, warte. Ich bin dumm. Ne, ich bin... Ich bin dumm. Ich renne jetzt rechts an diesem Ding vorbei. Ne, auf der Map. Unter rechts. Ich bin ganz oben auf nem Berg drauf. Und da sind die? Ja. Okay, dann hab ich, glaub ich, jetzt ne Rampe. Da hin. Ja. Geil. Okay, ich muss einmal Ausdauer chillen. Okay. Okay, und da oben ist es... Wie mach ich nochmal kacki? Plus auf nem Block. Okay, auf geht's. Ja. Was machen wir in der Umfeld jetzt eigentlich? Wir können Granaten spammen, ne, aber... Wir gucken einfach nur... Wir wissen ja, dass wir da sind, ne? Ja, ja. Ich meine, wir können auch... So. Ja. Weil das ist einfach zu filmen. Oh, okay. Und nicht lange stehen bleiben, falls sie doch irgendwo sind und sonst wechseln wollen. Ja. Oh, ich seh den Porto-Schwanz. Ja. Entschuldigung. Bleibt nicht so viel stehen. Ja, ich mach ein bisschen links und rechts oder sonst was. Ja, ja. Äh, ja. Äh, ja. Ja, also wir könnten jetzt unsere Viecher holen. Oder wir machen unseren Dinoslot wieder voll. Oh, wir haben da so einen Aufsichtspunkt. Ja. Ja. Den könnten wir halt auf jeden Fall zum Einschätzen bringen. Der ist ja amateurhaft gebaut. Ja, das ist dasselbe wie bei uns. Ja, das... ne? Deswegen kam ich ja drauf. Ähm... Wir könnten da auch mit dem Enter-Haken rein. Ja, wir könnten da auf jeden Fall rein. Nur die Frage ist halt... Wollen wir einfach mal sneaky einbrechen? Ja, aber was machen wir da mit den Bären? Ja, irgendwo hier oben abstellen, weißt du? Äh, die müssen wir weiter wegparken. Die dürfen halt niemals verloren gehen. Am besten unten, weil wir springen ja wahrscheinlich danach runter. Ja, hast du einen Fallschirm dabei? Ja. Ja, ich würde halt hier abstellen, sowas. Hier abstellen und dann quasi... Oh, ich weiß nicht, wenn die den suchen... Also, ich meine... Ja, wie gut, das wissen wir ja nicht. Aber wir können ja echt dabei sterben, so weißt du? Das richtig. Und dann... Ah... Der Plan ist doch nicht so ausgereiht. Ey, ich meine, was machen wir da, weil wir da drin sind? Ja. Ich hätte... Ja. Ich meine, was wir machen können, ist halt hier darauf warten, dass Mori was Dummes macht, ne? Also, wir können auch... Oh. Wollen wir die Trappen mit zwei Bären? Was? Ich habe ja Bären fallen dabei. Ja, ich weiß, aber... Wenn wir... Wenn wir die ganzen außen... Achso, warte mal. Sind Bären fallen eigentlich Metallstrukturen und damit verboten? Ne, ich hatte ihm damals gesagt, als er Bruder verboten hat... Ja. ...dass Bären fallen ja erlaubt... Äh, dass Bären fallen noch da sind. Ja. Und da meint er nichts zu? Nö. Aber vielleicht wusste er einfach nichts, dass es Metallstrukturen sind, aber... Komm ich da nicht raus? Also, ich würde sagen, wir legen uns hier auf die Lauer. Ja, genau. Mit Worten darauf, dass Mobi irgendwie dumm irgendwas holen geht. Also, äh... Was mein Vorschlag war, war deren Base quasi in Bären fallen einzudecken. Ja. Und dann mit Granaten zu werfen und dann, dass die rauskommen. Und dann laufen die in Bären fallen rein, sind gefangen und wir können sie... Wir können einfach zwei Kills machen. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber dafür brauchen wir... Also, da kommen halt trotzdem sechs T-Rex raus. Ja, aber ich habe ja... Ich habe ja sieben große Bären fallen dabei. Das heißt, du hast jedes Tor mindestens eine. Ach, ja, nee. Überzeug mich nicht. Ich würde die lieber hier irgendwo hinstellen. Weißt du, so einfach... Wenn wir wegrennen, meinst du? Ja, einfach hier in jeden Busch oder so. Mhm. Und dann... Und wenn wir dann selber reinlaufen, kennst du uns, Dussel, doch. Ja, das ist was Wahres. Ja, wollen wir einfach uns hier auf die Blauer legen? Richtig Sniper-Team aus, ha? Ja. Okay. Ich meine, wir haben halt die Bären. Ja, warte mal, dann stelle ich mal den Bären hier hin. Gut, ich würde mich jetzt nicht vor meinen Bären trennen, bin ich ehrlich. Ich meine, man kann ja auch vor den Bären aus schießen. Ja. Dann muss ich den auf passiv oder neutral pfeifen? Aber du bist halt viel zu groß. Passiv oder neutral? Neutral, wenn er angegriffen wird, dass er sich wehrt. Und ansonsten passiv, dass er sich halt nicht wehrt und einfach wehen bleibt. Du willst dich jetzt hier so auf die Lauer legen, oder was? Ich meine, wir haben ja gehört, dass jedes Mal, wenn er fahren geht, geht er mit einem T-Rex fahren. Ja, aber ein T-Rex ist jetzt nicht so wild, ne? Da können wir die Bären nehmen und können sie wegknallen. Ja, die Bären nehmen, die wir jetzt gerade da hinten hingestellt haben. Ja, aber die sind doch jetzt erst mal versteckt, damit wir überhaupt scouten können jetzt. Mensch Junge, beruhig dich doch. Okay, okay. Aber ich bin ja nicht ich selbst. So. Wenn wir auch machen, könnten wir den Pronto einschleifen. Einfach nur als... Immer der Schwanz kommt raus, ne? Ich hab 50 Pfeile dabei. Da kommen die rein und denken sie so, was ist mit unserem Pronto passiert? Wenn die da drin sind. Aber sie können ja auch im Stammeslock gucken. Ja, der hat ja eingepennt, das dürfte doch nicht stehen, oder? Ich denke schon, wurde betäubt. Aber das könnte man eigentlich machen. Komm, lass mal. Ja, aber dann lass es auf den Dino gehen. Aber ich meine Narko Mitte so zu verschwenden. Ja, äh, hallo. Ich meine, wir haben halt echt viele Granaten. Wollen wir einfach ein Tor sprengen und dann gucken, was passiert? Einfach nur mal ein Statement. Sind wir schneller als alles, was die haben? Der, äh, ich weiß, dass, äh, dass Max immer hier diesen Iguana dann reitet. Ja. Da kann man eigentlich schneller sein. Und die haben halt eine, eine Vierzahlen Traptoren. Ja. Ich weiß ja, lass uns einfach mal Granaten werfen kommen. Ja, nee, oder? Da geht mir das ganze Preis. Ja, ich meine, wir können halt auch die Granaten auf den Pronto werfen, ne? Wie geht das? Äh, rüberwerfen müsste möglich sein, aber. Also ich glaube, das Beste war immer noch. Die machen nicht ganz so viel Schaden an denen. Also die machen ja, glaube ich, nur 200, 300. Also das ist fast so eine Dino-Attacke quasi. Und du weißt ja, dass. Ich meine, können wir einfach den Schwanz angreifen von denen? Wahrscheinlich schon. Aber ich habe halt das Problem, wenn die jetzt da drin sind. Ja. Dann wreck. Weißt du? Ja. Ja, da müssen wir laufen. Und zwar echt schnell. Okay, warte, ich mache hier noch ein paar Fallen hin, ja? Okay, ich mache auch ein paar Fallen hin. Ey, lass doch sagen, bis wohin wollen wir gehen? Wo wissen wir, wo die Fallen sind? Ähm. Oh, ähm, hier scheinbar. Ähm. Nee, nee. Äh, hier. Zwischen den, zwischen den Bäumen hier. Wir laufen quasi linksrum weg, ja? In diese Richtung, wo du gerade bist. Ja, aber die verfolgen uns ja. Ja, eben, ja, eben. In einer großen Bärenfalle wird man als Mensch doch nicht gefangen. Nein, aber die Dinos. Ja, ja, das ist ja das Wichtigste. Und sind weg. Ja, aber dann haben wir ja keine Chance gegen Raptoren oder sonst was, die uns dann vielleicht festhalten. Deswegen würde ich auf dem Bär bleiben. Okay, okay. Dann, du willst hier links laufen oder was? Schau mal, wir gehen jetzt an die Basis ran, werfen da Granaten. Unser Fluchtweg ist der hier. Um diese zwei Metallsteine, die hier am Anfang stehen, rum. Und die werden wahrscheinlich zwischen den Metallsteinen durchlaufen und deswegen lege ich da die Fallen. Ich habe auch noch Fallen, ne? Also, ich mache auch mal ein paar. So, die ganze Zeit Schritte, ne? So, die... So. Ja. Gerichtsgericht ist auch noch einer. Ja. Oh. Also, wir laufen an den Scheinen hier vorbei, ne? Das ist unser Laufweg. Okay? Ja. So. Na gut. Und dann laufen wir hier längs, damit die von ihrer Basis aus gerade auf uns zulaufen. Na gut, ne? Wird schon schief gehen. Ja. Ja. Ja, zieht sich in Ruhe wieder auf vier. Boah. Ne? Ein bisschen nervös wollen wir. Wollen wir einfach drauf kommen. Wollen wir einfach hier die Granaten werfen? Und wir zwischenrein, zwischenrein, zwischen die beiden Tore. Ne, ich würde sagen, dass wir das Ding drüber, damit wir auch den Ton kaputt machen. Ich hoffe, einmal auf den Ton. Oh ja. Das stimmt. So. Oh. Oh, hier sind die Wechsel. Oh, jo. Aber scheinbar sind die Jungs nicht zu Hause. Sehr ärgerlich. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir einen anschießen? Da kommt ein Dodo auf uns aggressiv zu. Das ist deren Versicherung. Hey. Können wir das mal nicht töten? Ja. Wollen wir einfach mal schießen? Ähm. Ne. Warum? Wir sind gerade noch am Scouten. Ja, wenn die passiv sind, Alter, wir haben hier echt Zeitdruck. Ja, dann lass doch drauf schießen. Auf die T-Rexe? Ja, dann gucken, was passiert. Wenn die uns folgen, springen wir runter und die finden die nie wieder. Ne, 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 wir locken die hier in die Fallen ran, ja? Kommt die aus. Nicht den. Okay, ich schieße jetzt. Aber der macht uns... Die sind passiv. Das heißt, wir können einen kill? Eigentlich könnten wir die alle killen vielleicht. Ja, dann, let's go, let's go. Warte, warte, der Bronto kommt, der Bronto kommt. Ja, das sehe ich auch. Lass den einfach hier an die Fallen locken. Ja. Und dann die T-Rexe killen. Okay, dann müssen wir zu den T-Rexen. Warte, warte, warte. Ja, und die T-Rexe killen. Jawohl, go, 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 go. Auf die T-Rexe. Ja. Er ist auf dem Weißen. Ja. Okay, was passiert, wenn die jetzt kommen? Dann pfeifen die die aggressiv und wir rennen weg. Und wir springen. Ja. Der kriegt ja gar kein Damage. Hier passiert nichts. Was? Doch. Doch, doch. Ich hab ein bisschen Herzrasen. Ja, ich auch. Mega, super. Okay. Weiter. Äh, Kalijuri. Also das Problem ist, jetzt wissen sie spätestens Bescheid. Komm, lass uns wegrennen. Nee, nee, wir machen weiter. Wir machen weiter. Aber wenn wir hier für sterben, ist das sogar Wurf? Findest du? Ja. Okay. Alter, meine, er hat... Meinst du auch? Kalijuri, ne? Ja, ja. Er hat ein unterschiedlicher. Okay. Er besandt? Rechts, rechts. Ganz rechts. Warum den? Weil er nicht mitwurzeln kann. 22, Alter, das dauert Jahre. Alter, guck dir das mal an, wie tanky der ist. Alter. Du blockst, du blockst. Fuck. Oh, der pfeift irgendwie zu sich, oder? Nee, nee. Ich bin nicht so stuck, Alter, wenn die jetzt kommen, wenn ich rede. Ja. Alter, wie tanky ist denn Rudi Assault? Okay, ich muss außen rum. Nach Rudi Assault tot. Nice. Äh, ja. Den rechten? Also aus deiner Sicht links? Äh, nee, nee, der hat noch zu viel hier rechts. Der ist rein, der grüne. Der ganz grüne, oder was? Der ganz rechts? Der mit orangem Bauch. Der in der Mitte, der in der Mitte. Okay. Alter, was zum Schlag fällt. Zieh durch, mein Junge. Okay, Mann. Okay. Der nächste. Der, der rechts hier. Ja, links war nicht. Alter, wir sind viel übertreibend, völlig. Oh, oh. Okay. Okay. Jetzt hier, der. Kannst du gleich mal in unserem Chat-Log-Buch gucken, ob unsere Dinos aus... Warte, warte, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Jo. Unser Dino ist noch alles okay? Alles? Ja, ja. Alter. Oder den Pronto auch noch? Nee, das schaffen wir nicht. Der ist Agro. Ja, tue. So, jetzt rein in die Basis und dann schauen wir, ob wir da drinnen. Hier ist hier. Du kannst du mal, die Dinos hat noch garantiert auch keinen Scheiß. Ja, schau mal du. Ich mach hier, mach die Basis auf. Ja, wir dürfen nur, wir, ich glaube, wir dürfen ja nichts mitnehmen, oder? Pass mal auf, dass du da jetzt keinen Schrank kaputt machst. Okay, äh, doch, Schrank habe ich kaputt gemacht. Aber, aber... Da ist es jetzt ein Inventar, oder was? Warum dürfen wir nicht mitnehmen? Wir dürfen ja was mitnehmen. Wenn wir die Bärs reinkommen, dürfen wir was mitnehmen. Ja, ist das so? Ja, nicht nur bei dir. So, Tür ist offen. Ja, zweite Tür. Mach aber keinen Schrank kaputt, ne? Ja, zwei Schränke sind hier vorne gestanden, die sind kaputt. Okay, aber da liegt noch ein Inventar. Ja, äh, da sind Metall, ein ganzer Haufen drin, Betäubungspfeile. Hier sind nur Holz und Kohle drin. Okay, äh, so. Ja. Okay. Nimm Holzkohle mit. Ja? Ja, Holzkohle, das ist mega, Wolfgang. Es sind aber nur zwei Stimmen, das ist wirklich egal. Ja, wer immer? Ich würde gerne noch in die zweite rein, oder nicht? Hier, die zweite. Obwohl, ich habe keine Granaten mehr, hast du nur Granaten? Ja, klar. Dann mach mal an die Tür ran. Obwohl, ich kippe, da kommen sie, da kommen sie. Unter, oder was? Hier rechts ist er, im Jägeranodon. Hier. Ja. Er läuft gleich durch die Falle. Achtung, Achtung. Ja. So, jetzt erschießt ihn. Äh, ich habe hier gerade ein technisches Problem, das ist mit einem passieren, leider. Sorry. Der ist ja witzig. Hier, kratsch. Oh, Alter. Okay, nochmal hoch. Ich wieder hier eine Pause frustriert habe, aber ich bin... Oh, der Wut. Einfach mal die Schnauze halten, dann würde es auch schneller weitergehen. Danke. So, äh, nämlich, ich bin in einen Stein gepackt. Also, ich bin hier gerade auf so einem Berg. Und ich bin jetzt in so eine kleine Spalte gefallen. Und ich bin im Berg. Also, ich komme da nicht mehr weg. Jetzt ist ein bisschen blöd, gerade. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt hier, wie wir das jetzt hier händeln können. Was denn? Interhaken? Äh, dann soll dein Teamkollege zu dir kommen mit einem Dino und dann kannst du da aufsteigen. Oh, das könnte gehen. Ja, gut, ich bin jetzt halt mega weg. Also, es ist halt super bad. Aber alles andere würde ähnlich lange dauern. Die Frage wäre nur, ob man jetzt quasi, ob es ein Command gibt, mich zu bewegen. Aber da müsste man jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde suchen, ne? Ja. Ja, ich habe jetzt halt übelst den Nachteil, weil ich jetzt wahrscheinlich mal eine halbe Stunde jetzt hier in dem Berg sitze. Und dann ist halt meine Folge jetzt, ist halt super lame. Ähm, ich weiß nicht, kann ich dich fliegend machen? Kannst du mir nicht Gottloid geben? Hallo, Thomas? Was bringt das, wenn du fest sitzt? Hi, wer bist du? Sorry, ich glaube, ich bin falsch. Ja, glaube ich auch. User disconnected from your channel switched. Ja, also ich bin halt wirklich im Berg drin so. Ich kann weder rein noch raus. Ich bin, ich bin im Stein. Also, man sieht mein Model halt nicht. Ja, okay. Ich guck mal. Ansonsten lass doch nebenbei ein bisschen weiterlaufen. Dann sag mir mal gleich, wo du bist, Kalle. Und dann versuche ich dich da rauszuholen. Ich bin beim Friedhof. Nebenbei weiterlaufen lassen, ist gerade ein bisschen schwierig. Ja. Ah, okay. Ja, gut. Ähm, Argument. Okay, ich müsste jetzt den Server anpausen an Alex und Johnny. Wollen wir einfach, sollen wir einfach weggehen und geklärt das? Ja, ich anpaus jetzt einfach. Wir machen mal. Sollen wir einfach weggehen und geklärt das? Ja, der arbeitet jetzt wieder wegen Chat ab. Äh, Johnny, du musst einmal noch B drücken. Warum? Damit dein Ingame-Chat aus ist. Ja. Äh, Kalle, geht es? Kann mich nicht bewegen. Äh, schreib mal was im Chat. Ja. Und scroll runter, ob da ein Stern vor deinem Namen ist. Max, Fly ist, äh, mit, ähm, Kollision. Ghost ist ohne Kollision. Ah, dann probier mal Admin-Sheet Ghost. Äh, seid ihr jetzt hier geblieben oder seid ihr weg? Wir sind weg. Der Dodo haut mich die ganze Zeit. Wir sind jetzt einfach stehen geblieben. Wir sind in der Nähe. Okay. Und der... Der Dodo geht hemmen. Oh, richtig. Und damit schmacht der drei? Ja, drei, ja. Ich habe übrigens gerade auch einen Bug. Ich weiß nicht, ob das an euch liegt, aber ich kann, äh, den Bronto nicht halten. Ja, das ist kein Bug. Okay. Ähm, ja, Kalle, geht es jetzt? Admin-Sheet Ghost? Nein. Hast du was in den Chat geschrieben und geguckt, ob du einen Stern vor dem Namen hast? Habe ich nicht. Also, ich habe geguckt. Dann mach es bitte. Ich habe keinen Sternchen. Dann mach mal Enable Sheets, was ich dir geschrieben habe, zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben? Enable Sheet. Äh, Enable Sheets zusammengeschrieben. Du hast es zusammengeschrieben, ne? Ja. Ja, ich weiß. Okay. Ich habe es einfach copy-pasted. Das Leerzeichen zwischen Enable und Sheets raus, quasi. Ja, danke. Hab ich. Jetzt habe ich ein Sternchen. Dann probierst du es jetzt nochmal mit Ghost? Admin-Sheet Ghost, ne? Ja. So, das geht. Ja, und jetzt, ähm, wenn du draußen bist und einen halben Meter über der Luft auf ihrem Boden schwebt, Admin-Sheet-Walk. Alles klar, dankeschön. Sorry. Warte, dann... Achso, wieder die Admin-Befehle raus, ne? Ja, das würde ja wieder raus sein, wenn du das nächste Mal connectest. Äh, so, was machen wir jetzt mit der Situation? Ich würde sagen, wir verpissen uns. Ja. Weil man kann halt überhaupt nicht sagen, wie das jetzt ausgegangen wäre, oder? Ja. Achso, wir resetten das quasi. Also, ich glaube... Deswegen, du bist nicht der, der am meisten getriggert ist, Kalle. Also, ich glaube, wenn ich... Also, wenn wir dich jetzt killen, dann wäre der Shitstorm halt unendlich so. Also, ich würde mich lieber verpissen. Äh... Sollen wir jetzt uns mal bewegen eigentlich? Weil ich stehe jetzt noch still. Also... Ich stehe die ganze Zeit... Ich wäre es so sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt gestorben wäre. Also, die Aktion ist auch für uns so ein Erfolg und ich würde es lieber abbauen. Also, einfach frei. Also, ich wäre fein damit, wenn ihr jetzt quasi wiederkommt und fightet. Äh... Aber ist eure... Also... Ich würde tatsächlich sagen, wir haben... Ja, wir haben was gemacht. Wir haben Aktion gestartet und jetzt... Das war halt Anlagi mit Kalle. Das war halt der bestmöglichste Zeitpunkt, Kalle, Alter. Ja. Äh... Weil ich auch gar nicht das spielen gewesen nicht. Ja, ich weiß. Ähm... Ja, wir ziehen uns einfach zurück, erklären das auch so, dass das jetzt mit dem... Dass das, ähm... Dass man nicht weiß, wie es ausgegangen wäre. Meine Aufnahme läuft noch. Meine läuft noch. Ja, dann lasst es doch einfach drin. Ich kann euch auch mal eine Aufnahme geben, wenn ihr das irgendwie haben wollt. Alles gut. Warum das denn? Ja, damit die Leute sehen, dass ich wirklich gebackt bin. Ah, ich soll auch deine Folge gucken. Was sagen? Dann sehen sie auch bei dir, Kalle. Soll ich die komplette Besprechung drin lassen oder sollen wir es nochmal zusammenfassen? Äh... Ich würde den Teil, wo ich jetzt hier am Recherchieren bin, rausschneiden und jetzt einfach nur die Diskussion zwischen uns, wie wir jetzt mit dem Fight umgehen drinnen lassen. Ja. Der Klo, du hast mich schon 500 Dimmish gemacht, Alter. Der geht richtig hell. Okay, sorry, Leute. Jo, geht weiter. Jo. User left to our channel. User left to our channel. User left to our channel. Ah, der... Äh... Äh... Das ist doch verpissen. Ne? Ja. Alter. Ähm... Ne, jetzt sicher auch nochmal. Wenn ich einen von euch Schlawiner finde, der jetzt zu Max geht und sagt, er braucht sein Atmen-Ding oder so, ne? Ich ficke euch alle weg. Ja. Ich kann die Scheiße nicht mehr hören, wirklich. Da platzt mir völlig der Kragen. Und auch wenn ihr zu Kalle geht und sagt, Alter, halt dein Maul mit Pause, kannst du später machen. Halt auch du deinen Maul, wirklich. Ich... Ich... Ich kann diese ganze... Nee, wünsch'n. Also, wenn andere zu anderen gehen und die ankacken, ne? Wenn ihr zu anderen geht, dann schreibt ihr gefälligst du mein Herz in den Kommentar, seid freundlich und flammt die dann weg, ne? Aber in der Reihenfolge. So. Ähm... Braucht gerade Ausdauer. Oh, und jetzt möchte ich mal kurz sagen, wir haben gerade fünf fucking T-Rexe gekehlt. Ja, Mann. Und ich würd' sagen, wir kommen gleich sofort wieder. Also, wir haben das jetzt so gemacht, nur damit, äh, also, die Situation nochmal klar wird. Wir haben die Situation jetzt mal resetten lassen, weil's nicht ganz klar war, wer jetzt wen hier getötet hätte und wie die Teamleben ausgegangen wären und so weiter und so fort. Also, das, ähm, wir können nicht in die Zukunft gucken, deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir ziehen uns erstmal zurück, resetten die Situation und dann gucken wir, was wir machen. Ja, ähm, also für mich, dass, ne, die ganze Situation fand ich war von uns halt, äh, ziemlich nice für die natürlich super bitter, ne? Also, ich springe hier übrigens richtig. Ja, also, das ist jetzt, ich kann da Max sehr gut verstehen, wie er gerade geklungen hat. Ja, also, da ist natürlich C's. Ja, ähm, da muss ich wieder nicht, ähm, da muss ich übrigens auch sagen, dass das, ähm, ich hätte mich am liebsten nochmal abgesichert, ob Bärenfeind egal sind oder nicht, aber du kannst halt nicht sagen, hey Leute, sind Bärenfeind egal und dann darauf hoffen, dass Leute im Bärenfeind rennen. Also, weil das schafft einfach Awareness und ich hatte halt ganz am Anfang, als es darum ging, ob Bola erlaubt sind oder nicht, gesagt, dass Bärenfeind ziemlich genau dasselbe können, weil ich damit, ähm, mit, ähm, Kate darüber gesprochen hatte, der auch das Analyse-Video gemacht wird, der wahrscheinlich dazu noch mehr machen wird. Ähm, ähm, und, äh, ja, und deswegen, deswegen war ich mir da so sicher, ähm, ja, aber auch da nochmal, ne, Leute, bleibt freundlich, ne, weil Max wird wahrscheinlich jetzt eine sehr ähnliche Diskussion im Kopf haben und auch wenn die gerade vom Markt kommt, habe ich die Sorge, dass ihr das Video eh nicht guckt. Aber, wenn ihr es tut, ne, wir, no hard feelings, es ist alles, alles ein friendly Project und, ähm, das ist trotzdem für uns natürlich jetzt erstmal, sag ich mal, ist es gar nicht so schlecht gewesen, jetzt mal. Oh, war ganz okay, ne, ich würde sagen, wir packen uns jetzt unsere Dinos rein und dann gehen wir die richtig ficken. Ja, okay. Ja, also, ne, ich bin, äh, ne, aber das ist ja das Problem, ähm, dass das selbe wie, äh, ich vergleiche das immer mit Risikospielen, ne, wenn ich Risiko spiele und ich hab mal einen Kontinent, ne, und ich mach einen dummen Fehler und einer kriegt, äh, was von meinem Kontinent, dann will ich, dass der den fucking Kontinent nämlich sagt, ja gut, dann zieh ich mich bald zurück, weil dann gewinnt ihr am Ende nicht der Bessere, sondern der, der, ja, das größte Arsch ist quasi. Und dann gibt's Leute, ja, und dann gibt's natürlich da immer noch Leute, die dann quasi, äh, ein einschlechtes Gewissen machen, ne, wie, wie zum Beispiel halt auch, auch, auch du jetzt mal, ne, ohne das, ohne das Böse zu machen, ähm, ne, als das passiert ist. So, das Problem ist quasi, dass man sich ja dann schlechter fühlt in einer anderen Situation dasselbe nicht machen würde, ne, also wie, wie jetzt zum Beispiel, warum wir nicht, also ja, gerade bei Eis und Kalle waren, hätten wir doch einfach hochmarschieren sollen und einmal gucken sollen, ob die dumm genug sind, da nochmal zu sein. Und genau das macht ihr in den Kommentaren quasi, wo wir eigentlich drüberstehen müssen, aber es ist beeinflusst, es ist beeinflusst auf mich, auch wenn ich sage, Alter, ich bin großer Fan davon, Arsch zu sein in solchen, in solchen Games und so, ist es trotzdem so, dass mich das ja nicht kalt lässt, wenn, wenn ich da 500 Dislikes hab und 1000 Millionen Kommentare, dann ist irgendwo unterbewusst natürlich hängengeblieben, ah, das nächste Mal überleg ich mir das nochmal. Ja, äh, lass mal deutlich jetzt zu unserer Basis reiten. Ja, aber lass, lass am Strand vorbei, falls wir noch einen T-Rex finden. Äh, aber am Strand sind ja keine T-Rex, ne? Äh, ja, aber ein Spiel, ja, wir können von mir ist auch... Ja, 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 ich komme zum Osten. Wo haben wir denn die ganzen T-Rex gefunden? Ich meine... Äh, ich bin am Strand. Ja, ich bin auch am Strand. Äh, da greift ein Brunto gerade irgendwas an. Ja, ich muss sagen, ich hätte ja immer noch Bock auf ein Brunto. Ja, das ist jetzt natürlich halt mega unglücklich für Mori und Max. Der hier ist Level 60, wollen wir den Brunto hier legen? Äh, und dann? Da eine Base drauf. Schau mal, wie lange, wie langsam der läuft. Bist du dich wirklich bis dahinten durchklöppeln mit dem? Okay, also du willst den Brunto näher in unserer Base, Sam. Das ist okay für mich. Ja, okay. Das, oder wenn wir in den Krieg reiten damit, weil eigentlich kannst du nur als... Äh, oh, klar, Feuerwehr drückt unterwegs. Ähm, eigentlich kannst du ja nur als, äh, als Defensiv-Dino nutzen. Ja, aber guck mal, jetzt zum Beispiel, wir haben eben den Brunto nicht gekillt, weil er einfach zu fucking tanky ist. So, und obwohl, der wurde ja... Der hatte davon gekriegt, der sah nicht verletzt aus. Ja, das ist richtig. Und wenn da oben eine Base-Office, Alter, dann ist da halt Meppen-Süd offen. Dann baue ich uns da schön, schön was drauf und dann wird er runtergeschossen. Das Problem ist, dass er jetzt nicht bei so Wolf ist, weil man halt bald bei T-Rex-Levelin ist. Mhm. Ähm, aber wir sind gerade die dicksten Ficker. Das erste Mal, seit wir dieses Toto Wars spielen, haben wir die meisten Dinos. Ja. Ja, ähm... Ach, das weiße Mal. Ja, und darum, der Pronto, der ist halt immer noch der Job der Welt, ne? Ich meine, den könnte man sich halt auch holen. Aber ich brauche mal aus... Falter, Baul, du Arsch, besügt. Komm, ich lege mal, Level 60. Äh, ja. Oh, tschuldigung. Da war... Ja, dann habe ich voll dann geklickt. I'm sorry. Ja, also der Pronto da oben ist halt auch Level 60, ne? Mhm. Und der läuft halt nicht weg. Da ist die Frage, ob er überhaupt irgendwo hinläuft. Soll ich mal anschießen und wir testen? Wollen wir mal mit direktem Dings probieren, ne? Aber ich glaube, mit der Armpus komme ich ja nicht hoch. Also, äh, nee. Lass uns, lass uns unsere Dinos holen und lass uns ficken gehen. Warum sollten wir jetzt ein Pronto zähmen? Zeit vergeuden, wo die sich neue Dinos zähmen können? Ja, das stimmt. Wollen wir da zwei Teamleben vielleicht rausholen können? Ich denke aber, dass die ihre Base aufgeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt chilen. Die Frage ist halt, mit was für einer Eingreif-Truppe rennen wir jetzt lang? Also, wir können halt jetzt eigentlich die ganze Zeit mit allen unseren T-Rexen rumlaufen, weil wir glauben, dass wir jeden Fight gewinnen. Ja, ich weiß nicht, wie weit Eis und Kalle sind. Ja, ich meine, da können wir ja gleich auch nochmal drüber bügeln, ne? Ja. Aber ich würde jetzt halt quasi die Rechse holen und, äh, nochmal kicken. Ja, das Problem ist halt, dass die Rechse sich in einem nicht-open-field-fight, sondern halt so, wenn man im Dschungel ist und man langsamt und so. Das ist richtig. Aber ich meine, da im Süden ist es halt echt ein bisschen offener. Grundsätzlich, ja, haben wir halt echt, ja, wobei, könnte jetzt natürlich auch sein, dass Max und Mori entweder sagen, sie ziehen sich zurück und versuchen, sich neu aufzubauen oder, dass sie unsere Base weggehen. Ja, also unsere Base ficken gehen ist halt sehr optimistisch. Ja, aber weißt du, wie ich meine, wenn die mitkriegen, die werden sich jetzt ihre Dinos... Ja, aber ich meine, noch einen Grund mehr, die T-Rexen mitzunehmen. Weißt du, weil dann zicken wir halt unsere Base, um die Kehrs. Ich bin schon mal Mieze-Katzen. Ich bin schon mal Mieze-Katzen. Ja, aber bei uns sieht es einfach aus, jetzt hätten wir da oben zwei Flugzeuge drauf, so. Richtiert Jetfighter. Ja, bei denen ist es halt so ein Türmchen gewesen. Den habe ich übrigens ganz gut getroffen gehabt. Das hat gut funktioniert. Also unser Türmchen wird sofort am Arsch sein. Jetzt ist es die... Ja, wobei es aus Holz war, da machen die Granaten jetzt nicht so viel Damage. Ja. Sie fragen, nehmen wir jetzt überhaupt noch Betäubungsfeile mit? Ja, warum denn nicht? Wir haben ja... Wir haben ja auch noch mal Shop-Garboni machen, Meister. Weil das war... Aber die Granaten sind halt sich nicht richtig. Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Das ist halt mega gut. Ja, aber du hast da ja auch wieder Granaten wasted, mein Junge. 20 habe ich da hingeschmissen. Und dann die Holzkohle nicht mitnehmen, ne? Und wie soll Onkel Johnny jetzt hier heute ein bisschen Granaten machen? Mein Mann. Holzkohle am besten. Du kannst ja auch einfach den Ofen anmachen und einfach Holz durchfackeln lassen. Ja, mach mal. Dann mach du doch. Ich gehe raus und gucke lieber, ob ich nicht... Du hast du das mitzündet. Ja, nee, komm, wir wollten euch jetzt mal keine Zeit verschwinden, oder? True. Das war der Plan, oder? Du hast doch... Ich bin immer noch sehr aufgeregt. Ja, verständlicherweise muss man sagen. Ja. So, wir sind jetzt aber demnächst schon am Folgenende. So, aber wie viele Granaten... Nee, wir hatten ja auch die Pause, ne? Ja, ich weiß aber nicht, wie lange die war. So, ich hab dir hier drei Granaten rein. Ich mach dir sogar fünf Granaten rein. Komm, können dir. Ja, bin dir ein netter Mensch. So, Micha, was hast du eigentlich dabei? Hey, Marco Bärn. So, ich war das ja schon wieder. Fünf Granaten in der Werkbank. In Allosaurus-Gehirn. In Allosaurus-Gehirn. In Szenen in den Membränen. Ja. Piranosaurus-Arm. Die behalte ich. Oh, stimmt. Einfach nur als kleine Andenken dafür, dass wir ihn kaputtgehauen haben. Ich glaube, du hast bei jedem den Last-Hit gekriegt, weil ich hab hier nicht so richtig... Ja, ein bisschen hatte ich was, aber nee, nichts Besonderes muss ich sagen. Ja gut, die müssen ja natürlich auch vom Inventar gefüllt sein. Wenn da nur Fleisch drin liegt, dann kriegst du natürlich nicht so viel. Ja. So, verdammtes Fleisch, noch mal ein paar Narke-Dinger. So, wir haben nochmal einen Batzen Pfeile. So, nehmen wir jetzt Betäubungspfeile mit oder nicht? Ja, warum denn nicht? Ja, weil es einfach belastet ist. Ja, ist doch völlig egal. Also, 50 Betäubungspfeile, die wiegen ja nix. Doch, die wiegen was. Aber halt mit viel. Und die. Zehn. Zehn, ja. Das ist einfach, ob man schnell ist oder nicht schnell ist. Oh, lol. Okay. So, ich bin gerade auf einer Leiter. Ja, shit, hat uns, Alter. Das ist halt schnell greifen und auf den Fallschirm wechseln. Ja, Leute, ne? Das war bis jetzt die Beste, würde ich sagen. Ja, für uns Erfolgreichster auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt. Ich spüle mit den anderen Teams mit, aber naja. Morgen gibt es wieder bei Joddy weiter. Ja, haut rein. Bis dahin, haut rein. Tschüssi. Sigtik. Tschüssi. Tschüssi. Bye. 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 Bye.